Ich lerne Deutsch. Nummer 7336 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich wurde zu einem Fotoshooting eingeladen. Die Bilder werden in einer bekannten Zeitschrift veröffentlicht. Ich wurde zu einem Fotoshooting eingeladen. Die Bilder werden in einer bekannten Zeitschrift veröffentlicht. Ich wurde zu einem Fotoshooting eingeladen. Die Bilder werden in einer bekannten Zeitschrift veröffentlicht. Es ist Schlafenszeit für Baby und Teddybär. Beide sind müde und wollen nicht gestört werden. Es ist Schlafenszeit für Baby und Teddybär. Beide sind müde und wollen nicht gestört werden. Es ist Schlafenszeit für Baby und Teddybär. Beide sind müde und wollen nicht gestört werden. Die Richter müssen über ein abgeschlossenes juristisches Studium verfügen. Die Richter müssen über ein abgeschlossenes juristisches Studium verfügen. Wir genießen unsere Musik und begeistern unser Publikum jeden Tag aufs Neue. Wir genießen unsere Musik und begeistern unser Publikum jeden Tag aufs Neue. Wir genießen unsere Musik und begeistern unser Publikum jeden Tag aufs Neue. Es gibt viele Brotsorten wie Baguette, Weißbrot und Vollkornbrot. Es gibt viele Brotsorten wie Baguette, Weißbrot und Vollkornbrot. Du ahnst nicht, mit wem Elisa sich verabredet hat. Das ist so lustig. Warum ist heute niemand auf dem Tennisplatz? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. und gib uns bitte ein Like.